Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Gemeinsame Entwicklung einer Handelsstrategie. Das ist jetzt bereits der zweite Teil der kleinen Reihe und ich werde Ihnen nachher auch noch zeigen, wo Sie die Aufzeichnung dann entsprechend auch vom ersten Teil finden, weil hier auch schon gefragt wurde. Zunächst einmal möchte ich mich natürlich vorstellen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich natürlich, dass Sie heute auch wieder anwesend sind und bevor ich dann gleich zur Webseite wechsle, muss ich natürlich einmal obligatorisch den Risikohinweis zeigen. Bitte dann entsprechend lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Formular sowie die gesamte Reihe dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen letztendlich Ihre eigenen Entscheidungen und das sollten Sie bitte auch berücksichtigen. Und dann zeige ich Ihnen jetzt auch, wo Sie die Aufzeichnungen finden. Ich habe wie gesagt bereits schon auch im Chat danach gefragt wurde. Ist natürlich immer schöner, wenn Sie live anwesend sind, da Sie auch dann Ihre Fragen stellen können. Nichtsdestotrotz ist man ja doch manchmal verhindert und möchte trotzdem nichts verpassen. Also Sie gehen hier oben auf Training und dann Videos. AlgoCamp hat ja bei uns eine eigene Rubrik. Und ein bisschen runter scrollen, dann sehen Sie hier auch schon zu den Videos von AlgoCamp und dort finden Sie auch die Aufzeichnung vom ersten Teil. Ja, ich kopiere gerne den Link in den Chat und können Sie sich dann nach dem heutigen Webinar in Ruhe anschauen. So, dann sage ich offiziell auch nochmal schönen guten Abend David. Freue mich auf das heutige Webinar und übertrage jetzt den Bildschirm. Wünsche viel Spaß und wie immer bin ich im Hintergrund und versuche da die Fragen zu beantworten bzw. helfe dir heute auch dabei, die Fragen entsprechend vorzulesen. Perfekt. Vielen Dank für deine Einleitung und auch von mir einen schönen guten Abend zusammen. Freut mich, dass bei dem schönen Wetter noch so viele Leute hier mit dabei sind. Mein Name ist David Warnei. Ich bin Gründer und Geschäftsführer und stolzer Partner natürlich von FXVet und bin heute wieder hier angetreten zu unserem Lieblingsthema der Automatisierung an der Börse und alles, was damit zu tun hat. Wir haben jetzt den zweiten Teil. Wir haben die Reihe extra auf drei Teile aufgeteilt, damit wir wirklich alles ganz anspannend durchgehen können. In der Regel ist es immer so, dass die Themen gerne ziemlich kompakt durchgeprügelt werden, sage ich mal, innerhalb eines Webinars und da wir hier auch ein bisschen programmieren, haben wir das lieber auf drei Teile aufgeteilt und grob ist der Fahrplan. Im ersten Teil haben wir die Strategie an sich entwickelt, also haben wir uns eine Strategie überlegt, einen Ansatz, den wir gerne verfolgen möchten. Wir haben bereits die Erkennung schon umgesetzt, also wir haben uns für die Strategie entschieden, dass wir drei Candles in Folge handeln möchten oder halt gewisse Anzahl an Candles innerhalb einer Folge. Beispielsweise haben wir zehn rote Candles oder zehn grüne Candles und wir möchten auf das Gegensignal laufen. Das heißt, zehn rote Candles, dann gehen wir long, zehn grüne Candles schrott. Das ist der ganz grobe Ansatz, den wir hier fahren. Ob es zehn sein werden oder zwei oder fünfzehn, das wissen wir auch nicht. Wir haben am letzten Mal nur ganz grob eine Auswertung gefahren, wo wir einfach mal getestet haben, wie oft kommt es eigentlich vor, dass wir im Markt, das haben wir jetzt auf Stundenbasis getestet, eigentlich solch eine Reihenfolge auftritt. Also wie kommt es vor, wie oft kommt es vor, dass wir zehn rote oder zehn grüne Candles in Folge haben. Das Ergebnis sah nicht so aus, dass wir das innerhalb von zehn Jahren nur zwei-, dreimal haben auf Stundenbasis, sondern wir hatten es schon einige hundert Male, wo es aufgetreten ist und das war für uns so das erste Zeichen, wo wir gesagt haben, okay, dahinter oder darauf aufbauen können wir eine Strategie entwickeln. Wäre jetzt im ersten Teil herausgekommen, dass dieses Ereignis so selten auftritt, also nur ein-, zweimal im Jahr, dann hätten wir das wahrscheinlich verworfen. Vielleicht hätten wir es noch geprüft auf andere Zeitfenster, Minute, fünf Minuten, aber bei solch wenigen Signalen hätten wir wahrscheinlich die Strategie gewechselt. Aber der erste Teil war soweit erfolgreich. Die Auswertung war grob positiv. Jetzt im zweiten Teil beginnen wir die richtigen oder die eigentlichen Handelsfunktionen einzubauen. Das heißt, heute haben wir einen wirklichen Backtest mit Ein- und Ausstiegen, Stop Loss und Take Profit. Auch hier keine Angst, all unsere Webinare, wenn es um Programmierung geht, sind immer so aufgebaut, dass man keine Informatik studiert haben muss oder auch kein Programmierer sein muss, sondern wir gehen Schritte ganz langsam Schritt für Schritt durch. Ich erkläre alles ganz genau, wie das funktioniert. Natürlich wird hier nach den drei Teilen keiner als Vollblutprogrammierer rausgehen. Das ist auch gar nicht das Ziel, sondern Hauptziel ist ja wirklich, dass Sie so ein bisschen mitbekommen, wie wir Handelsstrategien entwickeln, natürlich auch nur in einer abgesperrten Form innerhalb der drei Webinaren und dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie eigentlich Handelssysteme unter der Haube aussehen und was das eigentlich für ein Aufwand ist. Wahrscheinlich haben hier viele einfach ein ganz falsches Bild davon, weil sie dann noch nie mit in Berührung gekommen sind, aber ich denke mal nach den drei Teilen wird jeder fit sein bei dem Thema und wenn er irgendwo ein Handelssystem bekommt oder sich entwickeln lässt oder vielleicht auch selbst einen entwickelt, dann weiß man etwa, wie das unter der Haube aussieht und das ist ganz oft praktisch, gerade dann, wenn es um einen Fehler geht. Ihr kennt es ähnlich beim Auto. Wenn wir so ein bisschen Ahnung haben vom Auto und irgendwie was nicht funktioniert, dann ist das manchmal ganz hilfreich, wenn man weiß, wo in etwa das Problem ist. Und im dritten Teil, der steht auch noch offen, da werden wir das Ganze dann optimieren. Das heißt, wir haben heute hoffentlich ein solides Ergebnis. Das heißt, heute habe ich nicht die Erwartung, dass unser Backtest so positiv ist, dass wir morgen schon unser gesamtes Kapital daran investieren. Das ist nicht das Ziel. Was wir auch schon einfach angesagt haben, es kann natürlich vorkommen, dass wir am Ende der drei Webinaren kein profitables System haben oder keine profitable Strategie. Das kann natürlich auch sein. Natürlich hätten wir auch im Vorfeld uns Gedanken machen können oder schon mal ein System aufbauen können, was hundertprozentig profitabel ist, wo wir im Vorfeld wissen, das macht Gewinne, das macht keine Verluste, aber hier wollten wir in diesem Teil wirklich aufzeigen, wie es in der Realität aussieht. Die Realität sieht in der Regel nun mal so aus, dass wir einfach sehr viel probieren und sehr viel testen, bis wir eigentlich dann mal ein profitables System aufgebaut haben. Das heißt, im dritten Teil optimieren wir das Ganze, wir passen nochmal ein paar neue Funktionen ein, vielleicht bauen wir einen Trolling-Stopp ein oder, oder, oder. Aber heute kommen wir eigentlich zu dem fast spannendsten Thema, der eigentlichen Programmierung, der eigentlichen Handelsfunktionen, die wir umsetzen wollen. Ich springe am besten gleich schon mal in den Meta-Trader. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Chart eigentlich an, worauf wir eigentlich aus sind. Wir haben ja gesagt, wir möchten gewisse Anzahl von Candles in Folge handeln. Das heißt, wir haben hier beispielsweise, hier rechts haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben schwarze Candles, oder sieben rote Candles, wie man sehen möchte. Wir haben hier eine gewisse Reihenfolge, hier eine gewisse Reihenfolge an grünen Candles, oder jetzt halt weißen Candles, und das, das möchten wir ausnutzen, weil die Theorie, die wir fahren, lautet, wenn wir eine große Anzahl von gewissen Candles in eine Richtung haben, möchten wir auf die Korrektur setzen, in beiden Richtungen, sowohl Long als auch Short. Wenn wir ein bisschen weiter zurückscrollen, wir sind jetzt hier im Euro-Dollar-Chart unterwegs, jetzt hier Ereignisse wie sieben oder zehn Candles in Folge, haben wir jetzt so auf den ersten Blick nicht allzu oft. Ich mache das Scrollen kurz mal aus, mal so durchsehen, hier haben wir mal eins, zwei, drei, vier schwarze Candles, hier haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf schwarze Candles, also es ist schon etwas nicht Alltägliches oder nicht Stündliches, dass wir mal zehn Candles haben in der Folge, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, dann haben wir schon mal eine weiße, so gefüllt durchschnittlich für die letzten paar Stunden, hier schon mal etwas mehr, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Candles, dann die Korrektur, aber das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt, und genau das wollen wir jetzt mal wirklich handeln. Das heißt, ich mache dafür mal den Code auf, den wir vom letzten Mal noch haben, da ist er, und das ist das System, was wir am Anfang gebaut haben. Hier haben wir noch gar keine Order-Funktionen drin, ich gehe das nochmal ganz kurz durch, auch für die, die beim letzten Mal nicht dabei waren, dass wir das nochmal kurz hier die gleiche Basic haben. Von der Programmierung her kurz erklärt, wir haben hier oben Variablen, also das sind quasi Speicherorte, wo wir gewisse Werte im Programm einfach ablegen, quasi wie Dateien. Wir haben hier die Werte als Magic Number, was das genau ist, das erkläre ich gleich, bevor wir anfangen zu ordern nochmal ganz genau, ein sehr wichtiger Parameter, und die, die von Ihnen bereits schon Handelssysteme nutzen, die werden wahrscheinlich schon mal davon gehört haben. Dann haben wir noch zwei Variablen vom letzten Mal, Green Candles und Red Candles, und damit definieren wir einfach, wie oft eine Farbe in Folge auftreten soll. Also, wenn wir auf 10 Kennelsetzen, würden wir halt hier die 10 eintragen. Und die Parameter, die wir hier oben einstellen, das sind, oder programmieren besser gesagt, das sind die Parameter, die wir später im Metatrailer auch einstellen können. Also, in dem Parameterfenster, wo wir zum Beispiel das Volumen eintragen, das alles definieren wir hier. Das heißt, was ich hier einbaue, hier programmiere, ist später auch im Metatrailer sichtbar. Wieso machen wir das eigentlich hier oben? Hat den Vorteil, wenn ich jetzt von 3 auf beispielsweise 5 Candles in Folge wechseln möchte, dann muss ich das hier nicht mehr im Code machen, sondern ich kann es einfach im Metatrailer direkt machen. Wenn ich also hier das Fenster offen habe, gehe ich in die Einstellungen und kann hier die Sachen ändern und muss nicht jedes Mal, ja, im Programmcode daran arbeiten. Vielleicht verwenden wir die Werte auch öfters, dann müssen wir also nicht den ganzen Code absuchen, wo habe ich jetzt hier eine 3, habe ich hier irgendwo eine 3, habe ich hier irgendwo eine 3, sondern wir haben hier eine zentrale Stelle. Dann haben wir noch ein paar Hilfsfunktionen, die wir jetzt nicht benötigen. Das ist die OnInit. Die wird aufgerufen, wenn das Programm gestartet wird. Hier könnten wir beispielsweise eine E-Mail rausschicken, Hallo Trader, das Programm läuft. Hier haben wir eine OnDInit-Funktion, die wird dann aufgerufen, wenn wir das Handelssystem beenden. Hier könnten wir das gleiche andersrum machen, eine E-Mail rausschicken oder eine Push-Benachrichtigung rausschicken, wo wir einfach schreiben, System ist beendet worden, um vielleicht auch Fehler abzufangen. Und das eigentliche Spannende, das ist die OnTick. Hier, diese Funktion wird automatisch aufgerufen, sobald ein neuer Preis in den Meta-Trailer reinkommt. Das heißt, ein neuer Kurs ist und die gesamte Routine wird durchgelaufen. Es kommt noch ein Kurs, die gesamte Routine wird durchgelaufen. Und da können wir uns vorstellen, wenn der Markt gerade sehr volatil ist und wir sehr, sehr viele Kurse haben, beispielsweise dann, wenn irgendwelche Events stattfinden, irgendwelche Zahlen bekannt gegeben werden oder irgendwelche Sitzungen sind, dann hat das Programm hier ziemlich viel zu tun, weil wir wirklich mit jeder Preisänderung alles durchprüfen. Jede einzelne Sache, die wir hier quasi drin entwickelt haben. Was haben wir hier alles drin? Wir haben hier eine kleine Hilfsfunktion programmiert. Das ist die IstNewBar. Die können wir uns hier unten ansehen. Die macht nichts anderes, außer zu prüfen, ob wir jetzt eine neue Candle haben. Das heißt, wenn ich das System auf Stundenbasis aktiviert habe, dann bedeutet das, ich möchte nur alle volle Stunde, also um 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, meine Logik prüfen. Denn es bringt mir nichts, wenn ich auf Stundenbasis unterwegs bin, jeden Tick zu checken, ob wir jetzt eine rote oder grüne Candle haben. Wir wollen es immer on bar close machen. Würden wir auf Tickbasis unterwegs sein wollen, passt nicht zu dieser Strategie, aber eventuell zu anderen Strategien, dann bräuchten wir diese kleine Hilfsfunktion nicht. Und die Logik besagt ja halt, wenn wir eine neue Candle haben, das heißt 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr bei Stundenbasis, erst dann führen die Logik durch. Und die Logik, die wir beim letzten Mal gemeinsam entwickelt haben, das ist eigentlich nur die Erkennung der Candles in Folge. Das heißt, wir prüfen hier, haben wir jetzt eine grüne Candle gehabt, haben wir hier unten eine rote Candle gehabt, und wenn ja, dann haben wir uns eine Ausgabe ausgeben lassen auf der Konsole, einfach grüne Candle, beziehungsweise rote Candle, und wir haben hier geprüft, check green Candles, beziehungsweise auch die roten Candles, das ist wieder eine Funktion hier unten, und hier zählen wir quasi mit. Das heißt, wir haben eine rote Candle, dann erhöhen wir den Counter, oder den Zähler um 1, haben wir eine grüne Candle, erhöhen wir ihn auch um 1, je nachdem, was wir gerade haben in Folge. Haben wir zwei grüne, ist der Counter auf 2, haben wir dann einen roten, ist der grüne Counter auf 0. Das heißt, das ist einfach nur eine kleine Hilfsfunktion, um zu erkennen, wie oft jetzt schon eine Candle in Folge aufgetreten ist. Und was wir bisher nur gemacht haben, war, wenn das Ereignis eingetreten ist, das heißt, wir haben, da müssen wir gucken, was wir eingestellt haben, haben wir jetzt mehr, oder gleich, drei Candles in Folge in grün, wenn ja, dann springt er hier rein. Also hier fügen wir gleich unsere Trading Funktion ein, wo wir das Handeln automatisieren. Das gleiche auch für die roten Candles, wenn wir, wie oben eingestellt, drei rote Candles haben, und dann springt er hier rein und füllt hier alles aus. Das heißt, hier können wir reinschreiben, was wir möchten. Wir könnten hier auch rein theoretisch eine Push-Benachrichtigung rausschicken. Wir können irgendwelche Sounds-Files abspielen, oder wenn es eine API gibt, also an der Programmierschnittstelle auch, eine Pizza bestellen. Also es ist theoretisch alles möglich. Das Handelssystem macht es einfach. Aber wir möchten hier in den Punkten handeln, und nichts anderes. Von der Logik her sind wir so aufgebaut, dass wir immer gegen den Trend, wenn wir ihn so nennen möchten, handeln. Das bedeutet, hier in dem Beispiel zum Beispiel, wo wir jetzt viele schwarze Candles hätten, würden wir halt auf die Kultur sitzen, das heißt long gehen, je nachdem, wo wir, welche Bedingungen wir eingestellt haben. Bei drei wären wir hier schon long und ausgestoppt, dann wären wir wieder long und so weiter. Bei sieben Candles wäre mich unten long gegangen. Je nachdem, was wir halt da einstellen. Aber die Grundlogik ist, immer auf eine Korrektur zu setzen bei dem Ganzen. So, und dafür gehe ich wieder zurück in die Code. Das haben wir also bisher entwickelt. Hier kommen gleich in die Trading-Funktion rein. Und das ganze System müssen wir noch etwas bändigen. Wir wollen ja kein Maschinengewehrsystem haben, was gerne mal auftritt. Und von daher habe ich hier schon mal eine Check-Open-Position-Funktion eingebaut. Die kopiere ich im Grunde genommen auch immer nur von Projekt zu Projekt. Wir müssen hier nichts Strafmaier finden. Das ist aber eine kleine Standard-Hilfsfunktion. Die prüft, ob wir jetzt schon eine Position offen haben. Und hier kommen wir auch zu der Magic-Number. Eine sehr, sehr wichtige Zahl in dem Bereich. Das ist der Expert-Advisor. Und zwar, jedes Handelssystem, das Sie auf Ihrem Konto verwenden, muss eine eindeutige oder eine einmalige Magic-Name haben innerhalb Ihres Kontos. Das heißt, wenn Sie zwei Systeme haben, sollte das eine System beispielsweise eine 10 haben und das andere System eine 11, eine 900 oder was auch immer. Wichtig ist nur, dass Sie auf Ihrem Konto, das heißt, Sie können hier eins verwenden, ich kann auch hier eins verwenden, jeder andere kann hier eins verwenden, aber auf Ihrem Konto dürfen Sie jede Magic-Number nur einmalig verwenden. Wofür ist die ganz genau? Das Problem ist natürlich, wenn wir mehrere Systeme auf dem Konto laufen lassen, dann möchten wir nicht, dass das eine System die Position vom anderen schließt und eventuell möchten wir auch noch manuell auf dem Konto wandeln. Technisch geht es. Technisch ist das gar kein Problem. Wie bei AlgoCamp zum Beispiel, wir machen das mit jedem System. Von daher kann man sagen, alle unsere Systeme oder alle Systeme, die wir entwickeln, die können gleichzeitig auf einem Konto laufen. Sie können auch noch manuell auf dem Konto handeln. Das ist alles kein Problem. Denn die Logik dahinter lautet, wie wir es auch hier entwickelt haben, dieses Handelssystem achtet nur auf Orders und nur auf Positionen, die die eigene Magic-Number tragen. Das heißt, die Bedingung lautet hier, dass wir nur dann eine Position eröffnen, wenn wir noch keine Position haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier in dem Beispiel im Idealfall, die wir unten long gehen, dann möchten wir nicht hier nochmal long gehen, nicht hier nochmal long gehen, sondern wir sagen einfach, eine Position maximal offen, weil wir das Risiko auch ein bisschen begrenzen wollen. Das heißt, wenn ich also jetzt manuell eine Position eröffne, im DAX beispielsweise oder auch im Euro-Dollar, dann möchte ich nicht, dass dieses System nicht handelt. Denn dieses System hat ja keine Order und keine Position. Von daher lautet die Überprüfung, was wir hier alles in der einen Zeile gepackt haben, da sagen wir, prüfe, ob eine Position offen ist und wenn ja, ob sie die eigene Magic-Number trägt und ob es das Symbol ist, worauf ich es gerade anwende. Das heißt, wenn ich das System auf den Euro-Dollar und auf den Bruttisch-Fund-Dollar anwende, dann soll so der Hintergedanke, jedes Symbol eine Position aufhaben. Und daher auch die Magic-Number-Prüfung. Wenn ich beispielsweise den Starter hier aus unserer Starter-Box noch am Laufen habe und der auch eine Position auf hat, dann soll auch dieses System noch eine Position aufbauen können. Das ist ganz wichtig, auf die Magic-Number zu achten. Was ich nicht sagen kann, und die Frage kommt auch immer sehr oft, kann ich auch alle Systeme, die ich so finde, auf einem Konto laufen lassen. Technisch könnte man das durchaus machen, aber was ich nicht weiß und nicht beantworten kann, ist, ob die Systeme von anderen Entwicklern auch auf die Magic-Number schaut. Wenn das so ist, ist das alles kein Problem, dann können wir unser Konto mit 10, 20 EAs vollpacken. Wenn es nicht so ist und wir ein einziges System haben, was nicht auf die Magic-Number guckt, dann haben wir ein Problem, dann können wir das Ganze nicht auf einem Konto laufen lassen. David? Ja? Kann ich hier ganz kurz unterbrechen. Also grundsätzlich, Sie können natürlich Ihre Fragen schon mal in den Chat schreiben, dann, wenn der David uns signalisiert, dann können wir die Fragen durchgehen, weil ich Ihnen da gerne unterbrechen möchte. Nur hier hat das gerade gepasst, weil ein Teilnehmer Hinweis in den Chat geschrieben hat und zwar Check Open Position scheint nur auf Long Position zu prüfen. Jetzt weiß ich nicht, ob das so gewollt ist oder ein guter Hinweis oder Geschlechterhinweis. Ja, ein sehr guter Hinweis. Ja, nee, das ist ein guter Hinweis. Und zwar sehen wir es nämlich hier, wir haben, wenn wir es nochmal grob durchgehen, die Überprüfung, haben wir eine Position offen mit der eigenen Magic-Number, mit dem eigenen Symbol und ist es eine Long Position? Das ist korrekt. Also, wir haben hier die Überprüfung, nur ob es eine Long Position ist, hätten wir eine Short Position, wäre uns das egal. Vielen Dank für den Hinweis, den beheben wir einfach gleich mal an dieser Stelle. Können wir es gleich live gemeinsam machen und zwar bauen wir hier die Überprüfung um und wir sagen, es ist entweder Long oder entweder Short, damit wir nur eine Position haben. Das wäre die eine Möglichkeit, wie wir mit umgehen könnten oder allerdings, wir nehmen diesen Teil einfach komplett raus, so, dass wir sagen, wir haben einfach nur eine Position offen. Egal, ob es jetzt eine Long oder eine Short Position ist, wichtig ist nur, wir wollen einfach nur eine Position haben. Das ist auch ganz gut so, dass wir das jetzt rausnehmen, denn es kommt in der Regel sehr unwahrscheinlich vor, dass wir drei Candles nach unten haben, wir dann an eine Long Position eingehen, dann geht der Markt drei Candles nach oben und wir bauen eine Short Position auf. Frühestens dann hätten wir schon ein Gegensignal, wenn wir darauf achten oder aber wir hätten den Stop-Loss schon längst in dem Bereich gesessen. Gut, die Funktion haben wir hierfür gebaut. Wie gesagt, in der Regel kopieren wir es auch immer einfach nur einen, weil wir die Funktion manchmal etwas komplexer, manchmal etwas einfacher in jedem Programm benötigen und daher haben wir sie auch hier drin. Ich habe noch die Frage gesehen eben, ob es nicht einfacher wäre, das ganze System mit dem Stereo-Trader zu entwickeln. Genau, von dem Aufwand her, von den Zeilen-Code her, würde man mit dem Stereo-Trader eine Menge sparen. Das ist richtig. Das ist zum einen eine Geschmackssache, aber hinterher und dieser Webinar-Reihe ist einfach Ihnen zu zeigen, wie das, wie MQL an sich funktioniert. Ganz klar, hätten wir jetzt ein Stereo-Trader-Webinar geführt, dann hätten wir da weniger Zahlen-Code für benötigt, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz wichtig oder sinnvoll zu wissen, wie das Ganze ein bisschen unter der Haube läuft. Natürlich im Endeffekt arbeitet der Stereo-Trader auch nur mit MQL 4 und 5, aber er erleichtert uns als Anwender oder als Entwickler eine Menge oder spart uns eine Menge, weil da schon viel vorgefertigt ist. Das ist gar keine Frage. Gut, dann fangen wir gleich mal endlich an mit den Funktionen, um endlich die ersten Orders abzusetzen. Wir haben hier oben noch zwei Variablen hinzugefügt, die hatte ich vorhin bereits schon hinzugefügt, und zwar zwei Integer-Variablen, und zwar speichern wir uns den Stop-Loss. Den wollen wir natürlich auch noch im System haben, und wir wollen einen Tag-Profit hier im System haben. Die Angaben hier, die haben wir jetzt in Pips gestaltet. Das heißt, eine 10 bedeutet 10 Pips, 20, 20 Pips. Das berechnen wir später noch um. Jetzt schauen wir mal, wo wir die eigentlichen Order-Funktionen einbauen. Wir erkennen hier, dass wir genug grüne Candles haben, genug rote Candles, und genau hier würde ich das auch einbauen in dem Bereich. Das heißt, die Ausgabe kommentiere ich einfach aus. Das heißt, sie wird nicht mehr durchgeführt, und wir fangen erstmal, bevor wir die Order absetzen, an, den eigentlichen Stop-Loss zu berechnen. Den Stop-Loss berechnen, oder speichern wir temporär in einer Double-Variable, also in einer Fließkommazahl, nennen wir ganz kreativ auch SL, und hier packen wir, benötigen wir den aktuellen Schlusskurs. Den können wir abfragen mit iClose, und ganz wichtig oder interessant ist immer, wenn wir die Namen hier angeben, dann bekommen wir in meinem Tool-Tip schon angegeben, welche Parameter wir übergeben müssen. Das heißt, der erste Parameter wäre das Symbol. Wir möchten in der Regel das Symbol handeln, auf welchen Chart wir das System angewendet haben. Das heißt, wenn ich einen Euro-Dollar-Chart habe, dort den IAR anwende, dann möchte ich auch den Euro-Dollar handeln. Das können wir einfach mit einer Null angeben, dann nimmt er mal den aktuellen Wert. Das gleiche gilt auch mit dem Time-Frame. Da möchte ich auch den Time-Frame handeln, den wir gerade eingestellt haben im Chart. So gehen wir auch hier einfach einer Null ein, und möchten wir das Ganze shiften. Das heißt, verschieben. Dann würde ich jetzt hier eine 10 eintragen, dann würde das bedeuten, wir würden auf das Close von vor 10 Candles gucken, bringt uns jetzt nichts. Wir möchten auf die letzte abgeschlossene Candle gucken in dem Bereich, also trage ich hier eine 1 ein. Das heißt, wir nehmen nicht die aktuelle unvollständige oder unvollendete Candle, sondern die letzte vollendete Candle. So. Dann haben wir also hier jetzt schon mal den Kurs rausgeholt, und hier packen wir jetzt unseren Abstand vom Stop-Loss rauf. Wir haben hier grüne Candles, wir möchten Short gehen. Wenn wir Short gehen, ist der Stop-Loss über dem Einstieg. Also addiere ich jetzt hier den SL, zwar den SL, den wir hier oben definiert haben, also auch später über die Eingabe eingeben, und mache es jetzt relativ einfach, das ist nicht die sauberste Variante, aber wahrscheinlich einfacher zu verstehen im Bereich. Wir nehmen den SL, also die 10, und nehmen das mal ein PIP. Das heißt, wenn ich in der 10 eintrage, möchte ich auch 10 PIPs haben. Würde natürlich nicht mit dem japanischen Yen funktionieren, würde auch nicht mit CFDs funktionieren, wenn wir beispielsweise jetzt den DAX-CFD mit handeln möchten. Das wäre was jetzt nicht, aber wie gesagt, wir wollen das Ganze nicht zu umständlich machen, sondern eher relativ einfach erklären in dem Bereich. Jetzt haben wir das für den SL. Ich drücke hier oben auf Kompilieren. Wir haben keine Fehlermeldung. Alles wunderbar. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal für den Take Profit. Hier kann ich das einfach kopieren, und dort das Gleiche. Wir nennen das Ganze TP. Wir nehmen das Ganze nicht Plus, sondern Minus, denn der TP ist beim Short unter dem Einstieg, und nehmen auch den TP-Wert, den wir hier oben definiert haben, und auch später über die Oberfläche eingeben, und haben jetzt schon mal den SL und den TP ausgerechnet. Jetzt kommt die eigentliche spannendste Zeile. Das ist die Zeile, wo wir endlich die Order abschicken. Das machen wir mit Order Send. Hier das Gleiche. Sobald wir die Klammer aufmachen, haben wir das Tooltip, und hier sehen wir schon mal, hier brauchen wir einige Daten, viel, viel Daten mehr als vorher. Dann gehen wir hier Schritt für Schritt durch. Am Anfang haben wir wieder das Symbol. Wir möchten das Pool vom aktuellen Chart verwenden, und dann haben wir danach nochmal eine Operation, also ein Kommando. Jetzt möchten wir hier Short gehen. Das machen wir mit OP. Ja. Das ist doch jetzt die Stelle, wo du nach den grünen Candles guckst, oder? Also theoretisch und praktisch auch Long. Das ist hier nach dem grünen Candle, genau, und wir setzen hier auf die Korrektur, und dann gehe ich hier Short an der Stelle. Das heißt, wir haben hier quasi schon 10 grüne Candles, und wir gehen dann Short in den Bereich. Okay. Das Ganze machen wir mit OP Sell. Also das wäre dann quasi die Market Order, die wir eingehen. OP Sell, wir möchten ja keine Limits Order haben. Wenn das so wäre, dann müssten wir halt ein anderes Kommando angeben. Sell Limit, Sell Stop, je nachdem, wie wir agieren möchten, aber wir möchten hier Market in den Markt rein. OP Sell. Danach gehen wir das Volumen an. Hier könnten wir jetzt auch eine Variable für einführen, in den Bereich, um das umzusetzen. Ich mache es einfacher und unsauberer. Am Tag setze ich einfach ein, ein 0,1 Lot. Das Ganze können wir natürlich auch oben als Variable machen, oder machen wir es einfach gleich mal direkt. Hier haben wir wieder einen Input. Dieses Mal ein Double, weil wir ja keine ganzen Zahlen haben. Das Ganze nennen wir Volumen. Wir tragen hier 0,10 ein. Und wir nehmen das hier unten raus und tragen dann auch Volumen ein. So. Dann können wir jetzt also das Volumen oder im Code was zu ändern, einfach über die Oberfläche ändern. So. Das haben wir eingegeben. Dann gehen wir den Preis ein. Wenn wir Shorten, dann nehmen wir einfach den aktuellen Bitpreis. Die Slippage, die können wir auch noch eingeben. Hier ist es wichtig zu wissen, dass wir sie nicht zu hoch und nicht zu klein eingeben sollten. Wenn ich also hier eine Slippage von 1 eingebe und wir würden schlechter ausgeführt werden, dann kann es sehr gut sein, dass sie oder nicht ausgeführt wird. Von daher müssen wir schauen, was jetzt normal ist oder der Durchschnitt ist. Im Euro-Dollar würde ich durchaus 5 Pips einfach eingeben. Das heißt jetzt nicht, dass der Broker dahinter sitzt und sagt, super, ich nehme jetzt 4,9 mit, sondern es dient einfach dazu, dass wir nicht Gefahr laufen, dass die Position nicht ausgeführt wird. Es ist abhängig vom System. Wenn wir Systeme haben, die auf Tick-Basis unterwegs sind und sehr, sehr empfindlich sind, was den durchschnittlichen Gewinn pro Trade angeht, dann kann es sein, dass uns hier 5 Pips das gesamte System zerstören, aber hier bei dem System auf Stundenbasis sollten wir das im Notfall auch überleben können. Dann haben wir danach den Stop-Loss. Da gehen wir die Variable an. Den haben wir hier oben berechnet, den Stop-Loss. Im Double SL liegt das. Das Ganze mit dem TP. Dann gehen wir auch immer wieder den TP an. Und danach haben wir einen Kommentar. Den können wir frei wählen oder auch leer lassen. Ich sage hier einfach Sell-Order-Excandards. Das ist also der Kommentar, den wir dann später im Meta-Trailer sehen oder auch auf dem Kontoauszug sehen. Und dann haben wir danach die Magic-Number. Jetzt wird sie endlich angegeben. Die dürfen wir nicht vergessen. Die haben wir auch hier oben schon eingestellt oder definiert. Die tragen wir hier ein, Magic-Number. Dann können wir noch ein Verfallsdatum angeben. Also, wie lange ist die Order eigentlich gültig? Da wir hier eine Magic-Number haben, ist das relativ uninteressant. Bei Limit-Orders oder bei Stop-Orders wäre es schon eher interessanter. Von daher tragen wir hier einfach eine 0 ein. Und dann können wir noch angeben, welche Farbe der Pfeil im Chart hat, wenn die Position eingegangen wird. Ich nehme hier einfach Blau in dem Pfeil. Und dann haben wir das alles auch schon durch. Klammer zu, Semikorion. Ich drücke mal auf Kompilieren, ob wir das soweit alles haben. Und perfekt. Keine Fehlermeldung. Wir haben hier nur den Hinweis, dass wir hier einen Wert bekommen würden. Also, wir können den Wert, den wir zurückbekommen beim Abschicken der Order, auch in einer Variable speichern und auswerten, um zum Beispiel zu prüfen, ob die Position ausgeführt wurde oder ob sie nicht ausgeführt wurde. So, dann haben wir den Teil hier oben soweit eigentlich durch. Und dann können wir das Ganze für die Long-Seite kopieren. Hier entstehen in der Regel die meisten Fehler, wenn wir beim Kopieren etwas zu viel kopieren oder etwas falsch kopieren und nicht korrigieren. Da muss man dann ganz genau aufmerksam sein. So, hier müssen wir alles drehen. Das heißt, der Stop-Loss liegt bei einer Long-Position unter dem Kurs. Unter dem Einstieg. Der Tag-Profit liegt über dem Kurs. So, ich schaue mal kurz durch. Das passt soweit alles. Dann haben wir beim Order abschicken kein OP-Sell, sondern ein OP-Buy. Das Volumen bleibt so. Wir kaufen nicht zum Bid, sondern wir kaufen zum Ask. Die Slippage bleibt. Der Stop-Loss bleibt. Das basiert ja jetzt auf dieser Berechnung, der TP. Da das Gleiche. Den Kommentar ändern wir noch auf Buy-Order. Ich scanne jetzt. Magic-Nummer bleibt. Die Farbe ändern wir noch auf Rot. Unpassend, aber nehmen wir einfach mal Rot in dem Beispiel. Und dann klicken wir wieder auf Kompilieren und es sieht sehr gut aus. Keine Fehlermeldung, also kein rotes Zeichen. Und dann haben wir die zwei Hinweise und dann sind wir soweit eigentlich durch. Ich überlege noch mal, ob wir irgendwas haben. Probieren wir es einfach mal aus, ob wir jetzt schon ordern können. Also auf Kompilieren habe ich gedrückt. Das heißt, die ausführbare Datei ist jetzt soweit entwickelt für den Meta-Trader im Hintergrund. Wir können ihn öffnen und auch mal den Backtest durchführen. Wir nehmen einfach mal den Euro-Dollar vom ersten Mal bis heute. Ist jetzt natürlich nicht aussagekräftig, aber es geht nur darum zu testen, ob das System an sich funktioniert. Hoffe ich mal sehr. Und sieht gut aus. Trades wurden durchgeführt. Ich gehe hier in der Regel immer stichprobenartig durch und schaue, ob das soweit funktioniert, ob wir wirklich immer nur eine Position offen haben. Ich gehe hier einfach mal durch. Wir haben am 1.5. um 3 Uhr eine Short-Position eröffnet. Darauf wurde TAP erreicht, dann eine Long-Position, Stop-Loss erreicht, Long-Position, Stop-Loss erreicht. Also wir sehen, wir haben hier nie zweimal in Folge ein Bei oder ein Zell in Folge. Das heißt, wir haben wirklich immer nur maximal eine Position in Folge offen. Der Stop-Loss wird gesetzt und auch ausgefüllt. Der TP wird gesetzt und bleibt wieder einfach ausgefüllt. Das funktioniert soweit im ersten Moment eigentlich alles ganz gut. Technisch gesehen. Dann schauen wir mal auf die Grafik einfach. Gut, da haben wir jetzt natürlich einen Zufallszeitraum erwischt, wo es ganz gut läuft. Testen wir einfach mal noch einen Monat zurück. Ist natürlich alles nicht aussagekräftig. Da sollten wir schon den Backtest von mindestens 2010 an bis heute starten, aber dann würden wir hier wahrscheinlich gemeinsam einige Minuten damit verbringen, das Ganze zu verfolgen oder zu warten. Auch das sieht soweit ganz gut aus. Jetzt gehen wir doch einfach mal noch weiter zurück. Es ist ja unwahrscheinlich, dass es auf Anhieb schon so gut funktioniert. Nehmen wir einfach mal das komplette Jahr 2018. Bis heute, heute haben wir den 28. Genau, das stimmt. Testen das mal durch. Es sollte nicht allzu lange dauern. Und dann haben wir auch gleich schon ein Ergebnis. Genau, das, sowas auch zu erwarten. Am Anfang sieht es nicht so gut aus, dann läuft es hoch. Was haben wir also geschafft? Technisch scheint es soweit sauber zu funktionieren. Eine Position, Stop-Loss-Setzung, TP-Setzung ist soweit. Alles korrekt. Wenn wir auf die Gewinne und Verluste gucken, das scheint auch alles richtig zu sein. Und jetzt könnten wir schon anfangen mit dem System etwas zu spielen. Natürlich würde ich bei der Strategieentwicklung mich jetzt nicht auf ein halbes Jahr konzentrieren und das so weit hin und her drehen, bis es funktioniert. Da würde ich prinzipiell immer von mindestens 2010 an starten, aber heute nicht zu viel gemeinsame Zeit zu verschenken, lasse ich es jetzt einfach auf 2018, um Ergebnisse zu sehen um Ihnen zu zeigen, wie ich jetzt herangehen würde an der ganzen Sache. Eingestellt haben wir drei grüne und drei rote Candles. Das finde ich auf jeden Fall viel zu wenig. Auf Stundenbasis auf jeden Fall viel zu wenig. Von daher würde ich hier zum Beispiel einfach mal das Ganze erhöhen, weil mich das interessiert hat. Was passiert bei 10 Candles? Also, die Frage nach dem Stop-Loss und dem TP. Nicht einfach zu sagen, wie gehe ich hier vor? Ich würde mir einen Indikator reinziehen und zwar würde ich mir die ATR in den Chart ziehen, um einfach mal zu gucken, wie ist eigentlich so die Schwankung durchschnittlich in den Candles und das Minimum ist ja eigentlich schon 10 Clips, das heißt, wenn der Markt sich unterdurchschnittlich bewegt, dann würde mein Stop-Loss schon gerissen werden. Wir haben hier so Hochs von 20, 24. Ich scroll mal ein bisschen zurück. also 10 Clips sind hier auf jeden Fall zu wenig. Wenn wir das Ganze mal auf Tages-Candles oder 4 Stunden-Candles uns ansehen, da ist 10 Clips schon das unterste Minimum. Deswegen würde ich hier keine 10 nehmen, sondern ich würde hier auf jeden Fall einfach mal, damit wir nicht aus dem Markt rausgründen, rausfliegen, schon 40 nehmen und hier auch 40 und hier auch die 40 nehmen und bei der Magic-Nummer, wie gesagt, hier können wir eintragen, was wir wollen, völlig egal, Hauptsache einmalig mit dem Konto. So, testen wir das Ganze mal. Bestätigen das Ganze, klicken auf Test starten und dann können wir gleich hier kurve folgen, wie das Ganze aussieht. So, da sehen wir, wir haben nicht oft das Ereignis, dass wir 10 Candles in Folge haben. Hier war es in diesem Jahr auf Stundenbasis kam es nur zweimal vor, dass das Ereignis auftut, okay. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so wenig ist. Dann gehen wir einfach mal runter auf 7 Candles, TP und SL bleibt. Der Rest bleibt auch soweit. Und lassen wir es nochmal durchgehen. Nochmal starten. Dann haben wir auch gleich wieder die Performance-Gruppe relativ schnell. Und wir sehen, wir haben schon mal ein paar Trades mehr. Sieht jetzt nicht schlecht aus, aber auch nicht positiv aus. Und so würden wir immer weiter daran arbeiten, um das Ganze nicht zu überoptimieren. Das ist ganz wichtig. Also, wir dürfen hier nicht am Ende des Tages nach 5 Stunden Optimierung Werte haben, wie mein SL ist bei 43, mein TP ist bei 37. Das wäre schon in Richtung Überoptimierung. Wir sollten ja wirklich grob die ganzen Sachen durchtesten in dem Bereich auf jeden Fall. Das heißt, Candles würde ich noch auf 5 setzen, um hier nochmal ein bisschen mehr zu sehen. TP und SL würde ich wirklich auf 40 lassen. Und dann das Ganze nochmal durchtesten. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar mehr Trails in dem Bereich, aber wie gesagt, 2018, ein halbes Jahr, das hat halt nur die Aussagekraft. Hätte jetzt sein können, dass wir wie in dem aktuellen Monat sehr gut Profit erzielen, könnte aber genau auch andersrum sein. Hier sind wir leicht positiv, keine Megakurve, aber prinzipiell, das Fazit, das ich jetzt aus dem Test rausziehe, ist, dass die Basisstrategie auf jeden Fall für mich vielversprechend ist. Das heißt, wir haben, egal welchen Einstellungen wir eigentlich fahren, ob wir jetzt auf drei Candles reagieren, wo wir vorhin sehr viele Trails hatten, das System läuft nicht von oben nach unten stark. Also, die Grundbasis ist schon Richtung Kapitalerhalt ohne jegliche Optimierung. Das finde ich immer sehr wichtig und darauf legen wir bei AigoCamp auch immer sehr viel Wert, dass die Grundidee einigermaßen stabil sein muss und das haben wir jetzt hier auf jeden Fall gegeben. Natürlich, ich kann es nicht oft genug sagen, 2018 ist jetzt kein Zeitraum, aber um einfach nicht zu viel Zeit hier zu verschwenden. Und das Ganze können wir jetzt natürlich mit allen möglichen Assets noch durchprobieren. Wir können alle verschiedene Optionen nochmal durchtesten. Nur ein kleiner Hinweis, weil halt auch im Chat hier was geschrieben wurde, es zählt für die für die Zeiteinheit zählt die Einstellung im Strategiefenster und nicht den Chart, was Sie jetzt sehen. Nur damit das deutlich ist. Genau, 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 das ist richtig. Ich kann hier oben natürlich auf Minute 1 springen, wichtig ist das, was ich jetzt hier unten einstelle in dem Backtest. Wenn ich später das System hier oben im Chart anwende, dann gelten natürlich die Einstellungen von hier oben für den eigentlichen Händel. So, hatte ich jetzt schon den Test gestartet? Ich habe 2017 eingestellt, genau, ich lasse es mal starten, um ein bisschen mehr zu sehen. Und dann schaue ich auch mal durch, was die Fragebox hier so angeht. Genau, es kam noch ein Vorschlag, die Magic-Name immer basierend auf Stunde, Minute und Sekunde anzuwenden. Das ist auch eine sehr gute Idee. Das heißt, man nimmt einfach den Zeitstempel und dann, wenn wir den EA auf dem Chart aktivieren und dann haben wir nicht das Problem, dass wir mehrere EAs haben, die eine gleiche Magic-Name haben. Passiert auch, wenn die Auswahlmöglichkeit so groß ist. Manchmal trägt man überall die 1, 2, 3 ein, aber einfach zum Programm starten, Uhrzeit zu verwenden, ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee in dem Bereich. So, und schauen wir mal auf das Ergebnis. Das sieht gut aus für das, was wir entwickelt haben und auf die Zahlen von Code beachten würden. Wir haben jetzt jetzt bei 17 bis heute 0,1 Lot und da haben wir jetzt hier knapp 370 Euro verdient. Wie gesagt, kein heiliger Gral, den gibt es in der Realität auch leider nicht, aber die Grundidee ist nicht, nicht Geld verlieren, sondern profitabel, Kapitalerhalt ist immer so Stelle 1 in dem aktuellen Status ohne Optimierung und jetzt beginnt eigentlich der Part, wo es am meisten Spaß macht, weil wir jetzt unendlich viele Möglichkeiten haben, das Ganze zu testen. Wie gesagt, verschiedene Assets, verschiedene Einstellungen und so weiter und so weiter und das ist so der mittlere Part, wo wir jetzt quasi angekommen sind, dass wir das Ganze durchtesten und dafür auch immer gerne den visuellen Modus nutzen. vielleicht kennen ihn ein oder andere von Ihnen schon und damit können wir das Ganze im Chart nochmal nachverfolgen, denn wenn ich jetzt hier auf das Diagramm schaue und die Performance-Kurve habe, dann sehe ich zwar das Endergebnis, aber ich sehe nicht, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Ich sehe jetzt beispielsweise nicht, wieso wir jetzt hier mehrere Verluste in Folge haben. Ich sehe auch nicht, wieso wir jetzt hier eine Seitwärtsbewegung haben. Also mit den Infos kann ich das System nicht optimieren, weil ich gar nicht weiß, wie es dazu zustande kam. Wenn ich den visuellen Modus aktiviere und den Test nochmal starte, dann öffnet sich hier oben ein neuer Chart. Das dauert ein bisschen und dort spielt sich gleich die komplette Vergangenheit in etwas schneller ab. Dann lädt kurz die Daten. Wir haben hier einen Geschwindigkeitsregler, mit der wir die Geschwindigkeit der Vergangenheit anfassen können. Ich zoome hier einfach mal rein. mache das etwas größer und ändere auch noch die Farbe, dass wir das alles ein bisschen besser erkennen. Black on white, das sollte man gut sehen können. Das mache ich noch zu. Und wir sehen jetzt hier, der Markt bewegt sich, das ist nicht der Live-Markt. Und wenn ich jetzt den Regler hier rüberschiebe, dann bewegt der Markt sich immer schneller. Und wir sehen hier auch live die Positionen, die eingegangen werden. Ich stoppe das Ganze hier und wir sehen halt hier, huch, wir sehen halt hier, dass der Long gegangen ist. Hier unten wurde er dann ausgestoppt und so können wir das Ganze Trade für Trade nachvollziehen. Ich kann das Ganze wieder weiter starten, erfülle die Geschwindigkeit ein bisschen, stoppe sie langsam, lasse es langsamer weiterlaufen, siehe den nächsten Trade und so weiter. Und so kann ich viel mehr nachvollziehen, wieso es zu gewissen Ereignissen gekommen ist, wo es eventuelle Probleme gibt. Vielleicht würde ich jetzt hier Dinge erkennen, wie immer zur Markteröffnung fliegen meine Positionen raus oder immer zur Mittagszeit passiert irgendwas oder starke Candles machen wir das ganze System kaputt. Das könnte es natürlich auch noch sein, dass wir die Regeln so weit erweitern, dass wir sagen, wenn wir zwar fünf Candles in Folge grün haben, ist das prinzipiell erstmal ein Signal, aber wenn eine Candle davon zum Beispiel über dem zweifachen ATR groß ist, dann gehe ich die Positionen nicht ein oder dann erst recht. Das sind all solche Sachen, die uns hier auffallen. Natürlich können wir das ganze auch komplett in hoher Geschwindigkeit durchlaufen lassen und dann nachträglich durchscrollen. In der Regel finden wir auch oft das mal Fehler. Also wir könnten das ganze natürlich auch mal stoppen und dann mal nachzählen. Haben wir hier unsere 1, 2, 3, 4, 5 Candles, ja, so wie eingestellt. Hier bei der Einstieg, das ist soweit korrekt. Hier oben hat er den TP gerissen, wir können das ganze noch nachrechnen. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Werkzeug, um prinzipiell technisch das nochmal gegen zu kontrollieren und aber auch, um einfach Optimierungen zu finden in dem Bereich. Das ganze können wir wieder weiterlaufen lassen. Weitere Trades abzuwarten, die auch noch kommen. Das ganze wieder stoppen, also wirklich ein sehr, sehr nützliches Hilfswerk. Nur das ganze ohne den visuellen Modus zu starten. In den Modus kommt man auf jeden Fall noch oder in die Situation besser gesagt, wenn man hundertprozentig sich sicher ist, dass es technisch gut funktioniert, dass es somit optimiert ist, lassen wir noch kleine Änderungen vornimmt, dann braucht man den visuellen Modus natürlich nicht mehr. Ganz klar ist, er frisst einfach sehr viel Zeit. Also, jetzt den visuellen Modus durchzuführen, der benötigt einfach viel Zeit. Wenn wir das ganze ohne den Modus laufen lassen, also einfach auf den Haken entfernen, dann geht es viel fixer. Aber dafür entgehen uns so ein paar Informationen. Ich kann das Ganze jetzt einfach noch mal von 2010 laufen lassen im Hintergrund. In der Zeit kümmern wir uns um ein paar andere Sachen. Mal gucken, ob das so weit läuft. Dann können wir gleich in ein paar Minuten noch mal drauf gucken. Ich gucke in der Zeit noch mal kurz auf die Fragebox rein. Ja, wo eine Frage wurde jetzt einmal gestellt, ob der Code zur Nachbearbeitung zur Verfügung gestellt wird, beziehungsweise zur Vorbereitung auf den nächsten Teil. Ja, genau. Geplant ist, dass wir den ganzen Code am Ende des dritten Webinars zur Verfügung stellen und dann haben wir alle Funktionen drin, die wir gemeinsam entwickelt haben und dann kann sich das hier gerne wieder kostenlos herunterladen nach dem dritten Teil dann. So, ich schaue noch mal. Der Backtest läuft soweit wunderbar. Gleich hatte ich die Daten durch. Ganz wichtig ist, das hatte ich auch schon beim letzten Webinar erzählt, vorher die historischen Daten zu laden über den historischen Manager. Da würde ich mal gerne vergessen, einfach hier oben auf Extras, historische Daten und dann würden wir hier das Erste auswählen, klicken auf Stunde und laden dann hier auf herunterladen die ganzen Daten herunter. Dauert ein paar Sekunden, vielleicht auch ein, zwei Minuten und dann haben wir die komplette Datenbasis, die uns angeboten wird. So, schauen wir mal in das Diagrammfenster, wie die Kurve aussieht. Noch sind wir im Gewinn. Wo stehen wir aktuell? 2010 haben wir angefangen, bei 2015 stehen wir und was wir hier sehen, noch kein fertiges System, womit wir direkt den Echtgeldhandel beginnen würden, aber es verliert, es ist optisch so gut wie nie im Verlust gewesen. Wir sind im Gewinn, natürlich 580 Euro in siebeneinhalb, acht Jahren, ist jetzt nicht die Welt, aber die Grundidee ist da und das ist eigentlich das, wo es jetzt nochmal so richtig anfängt, Spaß zu machen, weil wir das Ganze nochmal weiter ausbauen können und optimieren können. Wenn wir mal in den Code gucken, wir haben jetzt hier aktuell, sind das jetzt hier mit einigen Leerzeichen, 136 Zeilen Code, das ist natürlich kein, kein heiliger Graal, mit dem wir jetzt Großgeld verdienen. Das ist die Grundbasis und genau auf die Grundbasis können wir dann auch beim dritten Webinar aufbauen. Da wird es dann nochmal spannender, weil wir uns überlegen und wir nochmal ein bisschen Vorarbeit leisten, damit wir noch ein paar spannendere Optimierungsmöglichkeiten zeigen, ist, dass wir die Candle-Größe überprüfen. Das ist mir gerade noch mal die Idee angekommen, dass wir, wenn wir fünf Candles eingestellt haben, also fünf Candles in Folge, dass wir dann die gesamte Größe noch messen, denn was mir aufgefallen ist, wenn wir beispielsweise, ich bin mal für den Cursor, wenn das jetzt hier fünf Candles wären, wo wir handeln würden, dann hat das an sich keine Bedeutung. Wieso keine Bedeutung? Weil die Candles alles sehr klein sind. Wenn ich mir das hier ansehe, das hat schon ein bisschen mehr Bedeutung für mich. Und also wäre eine mögliche Überprüfung, die wir am nächsten Mal noch einbauen könnten, ist, die Gesamtbewegung zu checken und das Ganze im Verhältnis zur ATE einfach nehmen. Das heißt, zur durchschnittlichen Schwankung pro Candle. Das heißt, wir würden die gesamte Bewegung zusammenrechnen und dann beispielsweise sagen, dass wir es nur dann handeln, wenn diese Gesamtbewegung mindestens so groß ist wie der doppelte ATR beispielsweise. Denn solche kleinen Bewegungen, da können wir nicht viel erwarten. Da müssen wir ganz ehrlich sein, wenn der Markt hier so rumdimpelt, da gibt es keine Korrektur. Bei solchen Sachen schon eher zu erwarten. Wir wollen ja auch eigentlich nur dann handeln. Wenn wir große Einstiege oder große Abfälle haben, wollen wir ja auf die Korrektur setzen. Hier das beste Beispiel natürlich. Das wollen wir handeln und keine kleinen, Großbewegungen. Was wir auch noch beim nächsten Mal machen können und sehr wahrscheinlich auch werden, ist, den Job Loss und den Direct Profit anzupassen. Der ist momentan sehr, sehr starr und starre Angaben sorgen einfach dafür, dass Systeme nicht ewig und schon gar nicht lange funktionieren. Mit Angaben wie 40 TP oder SL oder 10 sind wir immer in der Regel nur für den aktuellen Markt ausreichend. Denn wenn wir einfach mal an die DAX denken und an die Bewegung von vor 5 oder 10 Jahren denken, dann haben wir am Tag, wenn wir da am Tag 100 oder 200 Punkte gemacht haben, dann war das damals schon ein gefühltes Erdbeben, was wir erlebt haben im Markt. Und heute ist noch 100, 200 Punkte gefühlt die Markteröffnung in der Regel. Das heißt, ich bin absoluter Fan davon, dass man keine oder möglichst wenig starre Parameter verwendet, sondern das Ganze immer dynamisch vom Markt abhängig macht. Das heißt, wenn wir beispielsweise dieses System jetzt laufen lassen, es ist profitabel mit CR40 TP und 40 SL, was ist dann, wenn der Markt plötzlich sich so ein halbes Jahr lang bewegt? Also kaum Bewegung im Markt hat, kaum nach oben und unten fällt, und wir sind immer noch mit unseren gigantischen Stop Loss und Take Profile Angaben, die fernab von dem aktuellen Markt sind. Da würden wir abhängig sein von der Marktphase. Wenn wir das Ganze dynamischer gestalten, beispielsweise nehmen wir hier mal sehr gerne den ATR für, dann wären wir unabhängig vom Markt. Natürlich würde es ein paar Tage oder Stunden benötigen, bis das System das erkennt, aber mit Logiken, wie zum Beispiel der SL ist so groß wie der zweifache ATR oder der zweieinhalbfache ATR sind für dynamischer und angepasster am Markt unterwegs. Natürlich auch mit Minimum und Maximum, ich würde jetzt nicht in den Markt gehen mit einem Stop Loss von zweieinhalb Pips oder mit einem TP von eineinhalb Pips, das nicht, aber das Ganze anzupassen, ich meine, wie Sie sehen, ist ja hier in dem Beispiel ideal, der Markt bewegt sich kaum und wir haben hier eine ATR von 0,5 Pips. Das widerspiegelt das Ganze sehr gut. Der Markt beginnt sich wieder zu bewegen, andere Handelszeiten und hier haben wir auch schon höhere ATRs. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir definitiv beim nächsten Mal einbauen werden, um einfach wegzugehen von dem starren Markt der PG. Denn das ist auch sehr, sehr offen Grund dafür, wieso Systeme nicht lange oder nicht ewig am Markt funktionieren. Das sind so die Ideen, die wir einbauen. Schauen wir mal, ob wir noch andere Indikatoren einbauen. Wenn Sie da draußen Ideen haben, können Sie uns auch gerne dazu anschreiben und in E-Mail schreiben. Wir sammeln da gerne noch ein paar Ideen und dann schauen wir einfach mal, welche Funktionen wir beim nächsten Mal einbauen, um das Ganze von der Performance-Kurve so weit hinzubekommen, und dass Sie sagen, super, das ist ein solides System, wo wir auch Echtgeld mit handeln würden. Ob das so kommen wird, wissen wir natürlich nicht. Hatte ich ja eingangs des Webinars und auch beim letzten Mal schon gesagt, wir haben hier keine profitable Idee am Anfang uns ausgesucht und tun jetzt so, als ob wir das Ganze gemeinsam entwickeln. Das wollen wir nicht machen. Wie gesagt, wenn wir Glück haben oder wenn wir etwas Gutes aufgebaut bekommen, dann ist es beim nächsten Mal so profitabel, dass wir sagen, das ist ein EA, den wir hier gemeinsam entwickelt haben und der auch gut funktioniert oder aber wir sagen, das System funktioniert nicht. Wir wissen, dass der Ansatz nicht funktioniert in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, aber dafür haben wir wenigstens gelernt, wie das ganze System aufgebaut wird, wie ein EA unter der Haube aussieht und wie man beispielsweise an die Entwicklung einer Strategie herangehen kann in dem Bereich. gut, von den Fragen her sieht es so aus, als ob erstmal nichts weiter offen ist. Wenn noch welche kommen oder welche offen sind, gerne rein. Wir haben noch ein paar Minuten. Solange nutze ich einfach nochmal die Zeit, um Ihnen nochmal unsere Webseite zu zeigen. Sie kennen sie wahrscheinlich alle schon, iwocamp.de als Expert-Kunde sind Sie da sehr wahrscheinlich schon öfters mal drüber gestolpert. Was haben wir aktuell alles im Petto? Wir haben natürlich unsere Lieblingsprodukte oder unser Lieblingsprodukt, das ist immer noch die Algo Trading Starterbox. Das ist die Box, wo wir alles enthalten haben, um mit dem Trading anzufangen. Die ist besonders beliebt bei neuen Tradern oder bei Trader, die noch nicht so viel Erfahrung haben mit dem Algo Trading, weil wir hier einfach alles enthalten haben, was man benötigt, um mit dem Algo Trading anzufangen. Von einem Trading Server, also einem sogenannten Forex VPS, das da durchgehend an ist, Videoanleitungen, PDF-Anleitungen und natürlich das eigentliche Handelssystem. Besonders für Anfänger wirklich sehr gut geeignet oder auch für die, die schon sehr viele schlechte Erfahrungen gesammelt haben in dem Bereich. Der Markt, zu wissen, ist ziemlich schwarz und verrucht und daher haben wir uns vor circa einem Jahr dazu entschieden, solch ein Produkt anzubieten, um einfach Vertrauen zu gewinnen in das Thema an sich und allerdings auch uns in Algo Camp zu gewinnen. Das ist natürlich unser kleinstes Produkt, was wir haben, um den Start anzufangen. Wir haben noch andere, weitere Systeme, die Sie sich gerne ansehen können. Wir haben auch noch Indigatoren, wie zum Beispiel das Markttechnik-Add-On. Das sind das erste deutsche Markttechnik-Add-On, das es für den MetaTrader 5 gibt, also auch schon auf den neuesten MetaTrader umgestiegen. Den können Sie auch gerne ansehen. Auch hier erhalten Sie einen Vorzugspreis als F-Expert-Kunde und wir haben hier noch ein paar weitere Infoseiten für Sie. Wir haben natürlich auch unsere gesamten Webinare verlinkt, die wir mit F-Expert gemeinsam durchgeführt haben. Ich denke mal, wenn Sie sich für das Thema Algo Trading interessieren, dann wären Sie hier sehr wahrscheinlich fündig oder hoffe ich zumindest. Gut, die Fragen sehen immer noch so aus, als ob ich hoffentlich alle Fragen beantwortet habe und keine Fragen mehr offen sind. Das freut mich. Dann sind wir am Ende angekommen. Wir haben soweit alles durch. Wie gesagt, den Code gibt es am Ende des nächsten Webinars, weil dann haben wir alle gemeinsam den gleichen Stand und den gleichen finalen EA. Sonst haben wir zwischendurch verschiedene Versionen und dann gibt es eventuelle Probleme dabei. Von daher bedanke ich mich für Ihre Zeit. Freut mich sehr, dass Sie bei dem tollen Wetter, also hoffentlich haben Sie auch so tolles Wetter wie wir in Berlin, trotzdem sich die Stunde Zeit genommen haben. Freut mich immer wieder, wenn ich mit Ihnen über unser Lieblingsthema, dem Algo Trading, reden kann. Wenn noch weitere Fragen im Anschluss sind, können Sie sich natürlich sehr gerne an unseren lieben Partner von F-Expert wenden oder allerdings Sie schreiben uns einfach eine E-Mail oder nutzen das Kontaktformular. Hier können Sie sich völlig frei entscheiden, wie und ob. und ja, nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke dir, David, dass die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, sodass Sie das alles nochmal nacharbeiten können und sich das in Ruhe alles anschauen können und bedanke mich natürlich für das Webinar bei dir, David, war wieder sehr emotionsreich und natürlich ein Dankeschön an die Teilnehmer, die heute wieder anwesend waren. Nächster Termin, der letzte Teil wird am 25.6. sein. Da bitte sich dafür anmelden, wenn Sie weiterhin interessiert sind. Der Link ist natürlich schon auf der Webseite, können Sie sich also gleich auch schon anmelden. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich auch einen wunderschönen Abend noch und passen Sie auf Ihre Position auf wie immer und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss zusammen. Vielen Dank. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.